Mein Fahrer und mein Tourguide. Hier ist viel sauberer. Wir sind aber ein schönes Stück rausgefahren um hierher zu kommen. Wir gehen jetzt auch wieder in eine Höhle. So lustig. Ich wollte vorher auf Toilette und jetzt muss ich gar nicht mehr. Und er sagt, ich kann auf Toilette. Und dann ist mir eingefallen, ich musste ja auf Toilette. Das ist so schön. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Look this side. Okay, keep going down. Down, 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 down. Schau auf diese Seite. Okay, 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 okay. Ich kann nicht den Bett hören. Ich kann nicht den Bett hören. Nein, wir können den Bett sehen. Ah, okay. So, wir gehen jetzt runter. Hier sollen die Fledermäuses sein, aber... Ich höre die gar nicht. Normal hört man die an. Aber die Leute sind laut. Pssst! Ja. 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 Okay. Wow. Look at that, look at that. What is that? That. Oh my god, I thought... They're so quiet. They're so quiet. He... Yeah. They don't make... They don't make the... Look at that, dude. I don't like to hear. They don't make the music up, man. Yeah, we're so quiet. We're so quiet. He... ...we're so quiet. There you go, dude. Okay, okay, okay. Okay. Come out from bed cap, exit point. Yes, success. He's the hero. He's amazing. He was helping all of us. Thank you. So head down, head down, head down. It's okay, it's okay. It's okay. Okay, next. Okay, next. My little girl will tell her to fall in mir la. Need him to fall in mir la? I don't know. You're welcome.